Sneaker Shorty mit DJ Vito, hallo! Hallo! Bring bitte folgenden Satz zu Ende. Sneaker sind besser als alle anderen Schuhe, weil... Sie bequem sind. Was war der beste Sneaker, den du je getragen hast? 6er Jordan. Was ist dein Holy Grail? Hab keinen. Das würde ich niemals an meinem Fuß tragen. Victory. Wie viele Sneaker hast du? Unzählbar. Was ist deine Lieblingsmarke? Untitled. Was ist deine Lieblingskollaboration auf einem Sneaker? Space Jam mit Jordan. Wie würde es aussehen, wenn du selbst einen Schuh designen dürftest? Der war zu krass für die Welt. Running oder Basketball-Silhouette? Basketball. Wo kaufst du deine Schuhe? Ich kaufe sie nicht, ich kriege sie geschenkt. Wie viel Geld würdest du maximal für den Schuh ausgeben? 300. Was war dein dümmster Kauf? Flipflops in Portugal. Was nervt dich am meisten am Sneaker-Game? Dass alle die gleichen haben. Und was ist die beste Erklärung, um deiner Freundin mitzuteilen, dass du schon wieder einen neuen Sneaker gekauft hast? Eigentlich brauche ich das nicht, weil ihr Gesichtsausdruck jeden Morgen ganz gut ist. Das waren die Fragen. Vielen Dank, Dankeschön. Vielen Dank, Dankeschön.